okay so viel dazu haben wir hier sind die voll und gummi punkte die punkte aber was ähnliches ok punkte gummi punkte als dasselbe plus minus ein bisschen was und die hellung braucht es ja auch echt ja dann wollen wir doch noch mal eine runde speichern und dann schauen wir doch mal was jetzt noch so abläuft who are you i am vexin i have come to collect your debt sora a debt sora do you owe something to this guy come on of course not oh but you do you owe me for reuniting you with your former friend you don't mean indeed i do i'm the one who brought riku to you then you're the one you're the one who's been controlling him what have you done with him i see no need to give you information about where riku is after all why travel you in your final hour ich glaube es also echt jetzt nicht jetzt besiegen ich glaube es ist ich glaube es ist Soooo Okay, das tat ein bisschen weh Oh Ja gut, das äh Ich hätte sie eigentlich vermuten können, ne? Verdammt Oh, dammit Aua Aua, okay, okay Der ist äh, ein bisschen heavy Aber das kriegen wir hin Um alles hin Ich darf halt meinen Eiszauber nicht nutzen Ähm Hätten rausnehmen sollen Egal Ja 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 damit den nuller donald nehmen sollen man das ist ja nicht so gut sein freeze ist halt echt böse ok moment moment bearbeiten das hier kommt erstmal komplett raus ich habe wirklich hoes vita mehr aber ist egal kann man trotzdem nutzen kann man halt trotzdem nutzen so so ähm und dann hier möchte ich die beiden miteinander tauschen denn wenn die beiden dann wegfallen ist das hier immer noch eine gültige combo so 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 gut ich denke ich bin vorbereitet so 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 tief in deine Erinnerung, als wir kämpften. Und hier, schau was ich gefunden habe. Eine Karte, die von all den Erinnerungen geklaut sind, die in der anderen Seite deines Herz sind. Warte! In der anderen Seite? Ich glaube, ich weiß, was... Frost, oh, okay, es ist ein Stopp. Hm. Ja, Mensch. Und für uns geht's nach Twinkletown, äh, Twilight Town. Hey, Mensch. Zwielichtige Stellen, äh, zwielichtige Gesellen. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Wir sollten vorsichtig sein, hier. Ich leite deines Herzens, ging dort alle verschütteten Einung. Ja. Das ist halt die Frage, ne? Hm. Keine Ahnung. Wenn Sohra rauskommt, das würde messen die Organisation's planen. Ich glaube, dass Sie wissen... ... was Sie müssen machen. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Vielleicht können Sie es ausprobieren? Ja, ja, ja. Ich denke, dass Sie nicht mehr wissen, dass Sie nicht mehr wissen. Ein Auto hat andere Erinnerungen, aus der anderen Seite des Herzens? Hm. Ich frage mich, was es macht. Wir finden es bald genug. Es ist der einzige, der wir haben. Keine andere Weg, um sich zu fahren. Ja. Nicht viel reden. Wir sind jetzt pragmatisch. Anders kommen wir Ihnen mehr voran. Also... Was meinst du? Obobliche Erinnerungen auf der Kehrseite meines Herzens... Ja. Ex- und warte nur darauf, uns in die Falle zu locken. Tja. Twilight-Town. Na denn. Duna Vetter? Wo sind wir, Sora? Hm. Keine Ahnung. War hier noch nie. Ich auch nicht. Aber das kann nicht sein. Bisher waren wir nur an Orten, an die sich Sora erinnert. Mag ja sein, aber diesen erinnere ich mich definitiv nicht. Vielleicht hast du diese Stadt vergessen, wie andere Dinge. Das ist absolut schrecklich. Unsere Erinnerungen sind so gut wie weg. Wer kriegt das denn? Geht man her. Namini ist Glück... Namini ist Glücksbringer? Damit verbinde ich eine besondere Erinnerung. Eines Abends... Namini und ich waren noch klein. Da gab es einen Meteoritenschauer. Namini begann zu weinen und sagte... Was wenn ein Meteorit unsere Insel trifft? Ich habe mich nicht... Ich habe mich nicht... ...geantwortete... ...wenn der Meteorit... ...wenn der Meteorit auf uns zukommt... ...schleudere ich ihn ins All zurück. ich habe es nicht so gut wie ich es nicht so gut wie ich es nicht so gut ich habe dabei wie wild mit diesem holzschwert umgefuchtelt haben ihn lächelt lächelte bloß und sagte danke und dann gibt es gab es mir den hier so leid alles wegen mir namini erzählte der anhänger gehört hier schon als baby und sie hat ihnen geschenkt ja da habe ich ihr versprochen von jetzt an wenn ich die glück bringen und ich beschütze eines tages dann hat namini die insel verlassen er hat sie all die zeit über vergessen aber sie enttäuscht schlüssel des anfangs mal wieder ja 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 ja